Und heute mal ne Runde Neon Wildcat. 1,80 und 50 Cent für Five. Na los, vernünftige Dinger wollen wir haben hier. Das kommt schon. Na, was ist er noch nicht? Kommt schon, bau doch mal was vernünftiges hier. Na, na, na. Na, na, na. Ja, aber. Sollte Keine Lust, wa? Muss doch mal anfangen zu wackeln hier Heute nicht Gut, na denn nicht Jetzt wird es interessant Na, zieh Ja, weiter Wenigstens ein bisschen was Auch wenn nicht der Riesenberuf Aber immerhin 66 Nehmen wir So So hat müsste er öfter kommen Schade, schade, schade Gut Jetzt mal ein Päuschen hier So, dann schauen wir mal hier eine Runde rein Schade 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 cidos Das war's für heute. Und heute gibt's mal eine Runde Faust. Mal schauen was der noch für uns hat hier. Das war's für heute. Na, das sind aber wenig drauf. Das war's für heute. Ach doch noch zwei, ich fasse es ja nicht. Und nochmal zwei. So viel dazu. Und wir schauen mal hier rein. Los geht's. So viel dazu. So viel dazu. Jetzt mal mit ein paar Power Spins. Das stimmt ja auch nicht. So viel dazu. 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 weder noch auch nur zwei schade 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 so dann wollen wir hier mal eine runde reinschauen spieleinsatz von 1 80 8 freispiele los geht's los komm ruhig was raus hier so wird das mischt geizkragen so dann drehen wir hier eine runde 2 euro einsatz 15 freispiele schade 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 Ah! Schwachdruck für 2 Euro. Mann, Mann, Mann. So, dann machen wir mal hier ein paar Drehungen. 2 Euro Einsatz. So, dann sind sie schon wieder weg. Mann, er stellt sich aber an hier. Junge, 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 nicht eben gewinnen, ey. Ich fasse es nicht. Ist das übel. Tja, das war dann wohl mal wieder nichts. Die Klau dauert auch. So, dann haben wir hier mal die Qual der Wahl. 2 Euro Einsatz. Wir nehmen mal... Ach komm. 9 Euro. Oh. 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 jawohl läuft richtig geil heftig alter schwer mega auch gut und der war zusammen mein lieber scholli Das waren noch mal drei Spiele, sehr schön. Und heute drehen wir mal jede Runde, mal schauen ob wir Power Spins ergeraten können. Los geht's. Los geht's. So langsam. Können sich ja schon mal welche zeigen. Jetzt los. Vier Stück. Das ist ja schon mal die Rolle. Ganz prächtig. Sehr bescheidig. Okay, aber ist versteckt hier. Das ist ja schon mal die Rolle. Das ist ja schon mal die Rolle. Acht Stück. Machen wir mal. Das ist ja schon mal, ist es? Das ist ja auch oder die Mehmon hier. Schweinerei. Nö. Wer damit. Nase voll. Spielwechsel. Und mal eine Runde Book of Maya. Zwei Euro Einsatz. Zwei Euro Einsatz. Ein A. Und? A nicht ganz. Wir haben ja noch ein paar Versuche. Auf Anhieb. Auf Anhieb. Guck an. Sauber. Zwei далее 청agieren. Das ist ja schön. Auf Anhieb. cinq. Auch funktioniert das clock. nothing Pengen nochmal. Und noch eine Verlängerung. Mal jetzt aber nicht nachlassen. Komm, Ehen-Schwung kannst du noch rausrücken. Drei werden nicht mehr. Auch nur drei. Und die Nummer 20. So, dann kommen hier noch sieben Freispiele rein. Oh, schade. Verlängerung. Schade. Jawoll. Dann wurde eine Flau. Sehr schön. Schade. 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 Klappern! Groß! Komm schon! Komm schon! Rufi! Komm los! Mensch! Noch eine Runde Freispiele! Geizkrank! So! Dann gibt es mal wieder eine Runde Klon-Monos! Jawohl! Und ein Mabar! Muss es nur noch kommen! Das kommen! Drei Stück reichen uns! Jawohl! Sehr schön! Geil! Da hat sie DUDO aus! Jawohl! Geil! Sauber! Sauber! Ja jetzt! Sauber! Ja! Diese Oberflussung... ...knapp daneben! Und Nummer 20, es bleibt dabei.